Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Schön, dass ihr zur ersten Folge Top 10 Donuts für OMSI 2 des vergangenen Monats einschaltet. In Zusammenarbeit mit OMSI Webdisk können wir euch jeden Monat die Top 10 Donuts vorstellen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit OMSI Webdisk und bedanken uns für ihr Vertrauen. Jetzt würde ich sagen, starten wir mal, los geht's. Und damit geht's los mit dem Studio Polygon 400 MMC PinkBus Repaint plus Hofdatei. Das Ganze wurde erstellt von Malte, hat ganze 304 Donuts erreicht, ein PinkBus Repaint für den Polygon 400 MMC mit PinkBus Hofdatei. Branding Patch zwingt notwendig, damit das Repaint funktioniert. So heißt es aktuell. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit Städte Dreieck V3 neue Chronologie Events. Das Ganze wurde erstellt von Eriel Ambus, ganze 388 Donuts hat das Ganze. In dieser Modifikation liefere ich 5 neue Chronologie Events für die kostenfreie Karte Städte Dreieck V3 mit. Unter anderem folgende Chronologie Events sind hier die Mehrwertsteuersenkung, zweimal SEV, Streik und die Autotage 2020. Weiter geht's mit Top Nr. 8. Neue, aktuellere Texturen für den AFR 4.10 und der Innenanzeige des BRT C2. Das Ganze wurde erstellt von euer Fahrer. Ganze 410 Donuts hat das Ganze erreicht. Und wir stellen euch aktuellere Realtexturen für das ATRON und die Innenanzeige des BRT C2 zur Verfügung. Bitte beachtet einige Dinge. Es werden nicht alle Texturen des ATRONs erneuert und der Stand von der Software, auf der die Fotos basieren, die wir haben, ist nicht vom 28.08.2020. Heißt, einige Dinge können mittlerweile wieder anders aussehen, sowie sind die Texturen nicht bis in den Pixel genau perfekt. Gerade die Nachttexturen sind nicht perfekt. So heißt das aktuell. Habt ihr dennoch Interesse? Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu Top 7. MAN Stadtbusfamilie Fahrschein Druckerwechsel. Das Ganze wurde erstellt von Matthias M. und hat ganze 536 Donuts erzielt. Für den E-Box ORN wird das Fahrzeugpaket der MAP Mainz benötigt. Das Ganze findet ihr auf OmziWebdis. Es wird nichts überschrieben aus dem ATRON Stadtbusfamilie. Bus, Sounds und Passenger und die Modellateien sind umbenannt worden. Für den EVEN DPC aus dem ATRON Ruhr gibt es zwei Versionen. Bei einer Version wird auch das ATRON Bremen benötigt. Wie gesagt, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit Top 6. Streaming Wheel 3D Logo für den C2 BRT. Dieser fügt jetzt den Mercedes Stern hinzu in eurem Cockpit. Ja, wenn ihr das noch nicht habt, dann solltet ihr das Ganze runterladen. Ist relativ simpel und klein. Weiter geht's mit Top 5. 3D Sterne und Zitaro Schriftzüge für den BRT C2 in der Version 1.2. Eine erweiterte Form also von Top 6. Das Ganze wurde erstellt von C3P und hat ganze 621 Donuts erzielt. Hallöchen lieber Omsi-Gemeinde, hiermit stelle ich euch meine kleine Modifikation für den BRT C2 zur Verfügung. Die Mod fügt euch 3D Sterne sowie 3D Zitaro Schriftzüge logischerweise auf der Front und auf dem Heck hinzu. Nun ja, sonderlich viel gibt's dazu nicht zu sagen. Im Grunde genommen ist mir jetzt total egal, was ihr mit dieser Mod anstellt. So heißt es aktuell auf Platz Nr. 6. Gehen wir weiter zu Platz Nr. 5 und 4. Entschuldigung. Ist das Ganze jetzt der Mercedes-Benz C2 Ü-Mod. Das Ganze kommt von Pedro, ist ein Re-Upload. Ebenfalls von Matthias M hochgeladen und ganze 648 Donuts hat das Ganze erzielt. Dies ist eine einfache Mod für den C2 Ü inklusive einem neuen Lenkrad, neuen Rädern und einem neuen Sound-Mod von Pedro. Alles weitere findet ihr natürlich im Omsi-Webdisk selbstverständlich. Kommen wir zu Platz Nr. 3. Und das ist Omsi 2 MN-Line zu DDL X10 Addon Modpack Real. Das Ganze kommt natürlich von Projekt Potsdam Design. Sein ganze 1400 Donuts hat das Ganze erzielt, ist die BVG Corona Mod & Co. für den MN-DL-Reiher. In der Modpack Version 1.0 ist aktuell enthalten, angepasste Texturen, Stand 2020 und in Klammern Abnutzungstexturen. Neuer Astabweiser, Funkgerät der BVG, neues mit Funktion versehtes E-Ticket-Kontrollsystem, Seitenschild an der Front, Corona-Schild an der Tür 1, 2 und 3, Corona-Scheibe an der Fahrradtür, Plastikplaner ist noch in Arbeit. Auch eine Version ohne Scheibe, aber mit Absperrband und neue Fahrgast-Sound sind mit enthalten. Der Link wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu Platz Nummer 2 und das Ganze ist Ruhrgebiet Modded 2019. Das Ganze kommt von Dominic Place und hat ganze 1800 Donuts erzielt. Dies ist eine Erweiterung für die Map Ruhrgebiet. Es werden viele neue Linien und abgeänderte Linien geben im Stand 2019. Drei Linien sind größtenteils fiktiv gemacht. Herzlich Willkommen im Ruhrgebiet. Die Stadt Gladbeck und Bodrop bilden auf dieser Karte das Kerngebiet um Gladbeck herum, befinden sich auf der Karte 15 Städte, größtenteils verbindet im Nahverkehr hier die Weste hier die Städte miteinander. So heißt es aktuell auf der Seite. Und not but not least haben wir hier noch die Top Nummer 1 und das ist ein 44-Day-Sport für den Neoman Overhaul 2.1, ein Druckerfix. Das Ganze wurde von Lord Leon erstellt, das ganze 2700 Donuts hat das Ganze erreicht. Diese Mod bringt euch das VDV-Dachboard in das Neoman Overhaul Pack von Subol. Das Dashboard habe ich aus dem Neoman Pack 1.2. So heißt es aktuell und damit sind wir auch schon mit den Top 10 Donuts vorbei. Wir werden das Ganze jetzt so handhaben, dass wir das Ganze jetzt immer zum Anfang des Monats immer veröffentlichen. So damit ihr immer top aktuell informiert seid, wird es denn jetzt um die 10 Top Donuts auf Omzi Webdisk waren. Wie gesagt, eine wundervolle Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass diese sehr sehr lange anhält und wir damit einen Aufschwung nochmal bekommen und wir uns alle gegenseitig damit unterstützen können. Also sei es jetzt unsere Wenigkeit, Omzi Webdisk und natürlich ihr, die die ganzen wundervollen Mods hier natürlich zaubert. Ihr sollt natürlich dementsprechend auch die Anerkennung bekommen. Alle Links, was wir jetzt hier drin hatten, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Format gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare und sollte dieses Video einschlagen, dann könnte man eventuell sich mal überlegen, ob man das Ganze dann zum Beispiel auch für Lotus macht oder für sämtliche andere Simulatoren. Dementsprechend lasst gerne eure Gedanken einfach hier unten in den Kommentaren. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.